Du hast nen E-Tink vergessen zu nehmen. Oh. So lange ich nicht vergessen habe zu cutten. Du kannst ja auch direkt durchfliegen, wenn du auf der vorderen Spitze von Item 2 fliehst. Hm, ich weiß es nicht, ob das kriegt. Ich will gerade zweifeln, aber probieren wir es mal. Weißt du, jetzt kriege ich natürlich keine Energie, ne? Natürlich nicht, du hast ja auch... Du hast ja auch den Gegner ohne volle Energie besiegt. Zu viel zur Spitze stehen. Solltest du auf der Spitze des Scherz stehen, nicht auf der Spitze des Stachelz. Ist mir klar. Ja, das sah aber nicht so aus gerade. Ja, aber ich kann nicht auf die Reihe. Rackete kommen will. Ja. Das ist okay. Die tun wir ja nicht. Ich bin echt gespannt auf Finals Reaktion bei... ... bei der dritten Wireless, der jetzt schon zum Bossraum kommt. Ich weiß nicht, was weiß ich. Tja, wie gesagt... ... das Ganze hier noch, nachdem du den ganzen Scheiß am Anfang gemacht hast. nach dem speichern gemerkt ich werde nicht ich habe es jetzt in der stadt wo wir noch gemacht werden bei den städtisch ist ja für diese städtisch werde ich auf jeden fall selbst jetzt machen wir einen anderen möglicherweise nicht da ist ja okay ob ich auch so meine ich war noch nicht fertig in meiner haus also die anderen städtisch mache ich gerne ohne selbst habe ich kein problem weil ich werde auch wie mix ohne selbst wobei ich bin weil die städtisch ist da glaube ich auch nicht so sicher richtig die ohne selbst machen wie mix geschafft hurra und ob er zu kommen mensch hat mal gesagt was das ist Ja, dass du auch unterfällst. Nee, hat May gesagt, alles, was mit Saves jetzt möglich ist, ist es auch ohne Saves jetzt möglich. Du kannst links nicht die Wand ziehen, wo das Leben ist. Mhm, kannst du. Ich glaub, das ist aber fast der einzige nützliche Weg, glaub ich. Ich weiß nicht, ob wir es mit item 3 schaffen können. Müsst ihr halt ausprobieren. Bin mir nicht sicher, ich weiß es ja nicht mehr genau. Ich hab schon länger nicht mehr gezockt. Na doch, das geht. Ja, da war ja was. Doch, das fällt nicht schwerer als im Original. Ja, aber der Boss ist sozialer gemacht. Okay. Wir bringen es halt irgendwie rum. Ja, ja, es ist vom Laptop. Äh! Nein. Oh, jetzt hast du da geladen. Oh. Okay, ich hab keine Lust mehr. Ja. Bye. Ja. 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 Ja.